Ja hallo meine Lieben, willkommen in einem neuen Video. Ich bin heute, wie man sehen kann, in der Ottergringel-Bohre. Weil hier ist der Fäschmarkt. Und ich will einfach einmal wissen, ob die Leute fäsch sind, die da hergehen, oder warum es sonst an den Fäschmarkt geht. Also frage ich sie einfach einmal. Seid ihr hier fäsch? Ob ihr fäschst? Ja. Ja, deswegen seid ihr hier, oder? Ja genau. Hi, wie geht's dir? Alles gut? Ja gut. Ich muss etwas fragen. Bist du Fäsch? Ich denke schon. Bist du deswegen am Fäschmarkt? Wahrscheinlich. Ah, ich wusste. Wir müssen gerade mal ein Interview dahin setzen, wir sehen uns nochmal. Eine Frage. Bist du Fäsch? Ich hoffe schon. Bist du deswegen hier? Ja. Entschuldige, Frage. Bist du Fäsch? Nein. Warum bist du dann da? Ein Fäschmarkt. Ein richtig cooler Rollstuhl wollte ich nur sagen. Danke. Ich habe ihn gerade bewundert, weil er so cool rauf geht. Ja. Vielen, vielen Dank. Entschuldige. Will ich etwas fragen? Nein, nein. Darf ich dich etwas fragen? Darf ich dich etwas fragen? Ich mache gerade ein Video. Ich kann nicht durchführen. Okay, can I ask you a question? Ja. Are you Fäsch? Ja. Are you beautiful? Oh, ja. That's why you are here. At the Fäschmarkt. Ja. You know what Fäsch means? No. Fäsch means beautiful in Austrian. It's a Fäschmarkt. You are beautiful. It's a beautiful mark. So it's a girl is Fäsch. A girl is beautiful. And the Fäschmarkt, that's the event, is called a beautiful mark, if you want to translate it. And I'm asking people, are you Fäsch? And are you beautiful? Yeah. That's why you are here. Thank you. Thank you. Entschuldige. Kann ich dir etwas fragen? Bist du Fäsch? Ja. Aber warum bist du sonst am Fäschmarkt? Ja. Ja. Entschuldige. Bist du Fäsch? Ja. Entschuldige. Bist du Fäsch? Ja. Bist du Fäsch. Ich bin ein Fäschmarkt, ja. Aber bist du Fäsch? Ich hoffe. Du hast es. Bist du deswegen hier? Natürlich. Alles klar, vielen Dank. Ja. Werden Sie das verwenden in meinem Video? Ja. Super. Na ja. Dann findest du es dann. Dankeschön. Danke. Viel Spaß noch. Vielen Dank. Ja. Entschuldigung. Darf ich gerade etwas sagen? Ja. Seid ihr Fäsch? Ich weiß nicht. Ihr seid am Fäschmarkt. Warum sollt ihr sonst hier sein? Ja. Um Fäscher Sachen herzustellen. Alles klar. Entschuldigung. Frage. Bist du Fäsch? Natürlich. Deswegen bist du hier, oder? Hallo. Hallo. Darf ich etwas sagen? Ja bitte. Seid ihr Fäsch? Ja. Ich hoffe. Warum sollten wir sonst am Fäschmarkt zeigen? Genau. Das weißt du? Ja genau. Ich frage viele Leute, ob sie Fäschs haben. Weil sie beim Fäschmarkt ist. Genau. Dann frage ich umgekehrter. Bist du Fäsch? Äh, ich weiß nicht. Im klassischen Sinne wahrscheinlich nicht. Aber ich bin stylisch. Genau. Stylisch bin ich jedenfalls. Hallo. Darf ich euch etwas fragen? Seid ihr hier Fäsch? Hoffentlich. Sind wir Fäsch? Hoffentlich. Ihr seid am Fäschmarkt. Ja stimmt. Jetzt sind wir alle Fäsch, oder? Ich weiß nicht. Hat mir keiner gesagt, was die Voraussetzungen sind, um hier zu sein. Ich bin einfach gekommen. Vielleicht ist man auch Fäsch, wenn man da herkommt. Vorher nicht. Jetzt schon. Gott sei Dank sind wir da. Ja. Die Frage ist, wie lange bleibt es? Wie lange hält es? Ich habe lange. Entschuldige. Ich würde etwas fragen. Bist du Fäsch? Sicher. Ja. Deswegen bist du da, oder? Am Fäschmarkt. Ja, ja. Ich habe eine Frage. Seid ihr hier Fäsch? Auf jeden Fall. Das mag ich. Immerhin seid ihr am Fäschmarkt, oder? Genau, ja. Entschuldigung. Darf ich euch etwas fragen? Seid ihr hier Fäsch? Ja. Sehr gut. Gute Antwort. Aber was darf man sonst am Fäschmarkt? Genau. Das lässt eben zwar nicht einer. Das stimmt nicht. Sie haben mich auch einer lassen. Das sind sehr Fäsch. Ganz einfach. Ja, das war heute. Ja, schon ein bisschen. Aber das bringt immer 4 Jahre mindestens. Für mich auch. Der war gut. Danke. Viel Spaß noch. Danke, bis zum nächsten Mal. Ebenfalls. Bis zum nächsten Mal. Die Leute hier glauben alle, sie sind Fäsch. Ist okay. Selbstbewusstsein ist das Wichtigste im Leben. Nein, aber ich muss schon sagen, es ist der Feschmarkt, ich glaube, das ist schon ein geheimes Treffen der halbwegs schönen Menschen. Hauptsächlich Frau. Zweitens waren alle halbwegs attraktiv, sogar die älteren Damen waren sehr, sehr attraktiv, muss ich mir einfach sagen. Also irgendwie Nomen est Romen, hier beim Feschmarkt. Tja, das war's. Danke fürs dabei sein und immer fest bleiben.